Die Stimme des Zorns von Ethan Cross. Es liest Thomas Ballou-Martin. Der strömende Regen hinter den Fensterscheiben des geliehenen VW Beetle passte zu Nadjas Stimmung. Nadja Shirazi hatte einen Aufpreis bezahlt, damit sie in dem Cabrio von New York nach Virginia fahren konnte, geradewegs von der Cybercrime Division des FBI, der sie angehörte, zu einem Geheimtreffen in Quantico, am Sitz der FBI-Akademie. Nadja hatte gehofft, mit dem Cabrio die Herbstluft des Indian Summer und den Anblick des leuchtenden, gelben und roten Laubes genießen zu können. Im Iran, ihrem Heimatland, galten Bäume als heilig und sie hatte sich den stillen Riesen stets verbunden gefühlt. Doch statt aus den dunklen Büros von Cybercrime, in denen IT-Spezialisten gegen die um sich greifende Internetkriminalität kämpften, in die Schönheit der Natur zu entkommen, war Nadja mit weißen Knöcheln am Lenkrad bei Sichtweite Null durch ein Unwetter gefahren. Und als wäre das nicht schlimm genug, trommelte der Regen so laut auf das Faltdach des Cabrios, dass sie keinen klaren Gedanken fassen oder auch nur Radio hören konnte. Nach drei Stunden hatte sie endlich ihr Ziel erreicht. Quantico, Virginia. Sitz der FBI-Akademie und der Behavioral Analysis Unit, kurz BAU, der fast schon legendären Verhaltensanalyseabteilung des FBI, deren genaue Lage nicht bekannt gegeben wurde. Nadja hätte die Einladung als Streich oder Zeitverschwendung betrachtet, wäre sie ihr nicht vom Chef der Cybercrime persönlich überreicht worden. Nadjas Anweisung lautete, an einem Seiteneingang der FBI-Akademie zu warten, vor einer Tür, die sonst ausschließlich von Lieferanten benutzt zu werden schien. Um Punkt drei Uhr früh sollte sie sich vor dieser Tür einfinden und auf weitere Anweisungen warten. Was hat das zu bedeuten? fragte sie sich. Ist vielleicht die Chance gekommen, auf die ich gewartet habe? Vielleicht wurde sie in die Verhaltensanalyseabteilung versetzt, um eine echte Profilerin zu werden. Schließlich war das der Grund gewesen, weshalb sie überhaupt zum FBI gegangen war. Die erforderlichen Qualifikationen besaß Nadja. Sie hatte einen Master in Psychologie, ihre Abschlussarbeit befasste sich mit einem der berüchtigsten Serienmörder der Welt, Francis Ackerman Jr. Vielleicht stand ihr großer Durchbruch bevor. Sie hätte zufrieden, ja, glücklich sein sollen, aber irgendetwas stimmte an der Sache nicht. Und das hatte nichts mit Nebensächlichkeiten zu tun wie der, dass sie sich eine Stunde lang die Haare gemacht hatte und nun gezwungen war, im strömenden Regen zu stehen. Nein, es war irgendetwas anderes, das Nadja ein ungutes Gefühl vermittelte. Etwas, das sie nicht greifen konnte. Sie hatte an einer Stelle geparkt, von der aus sie den Seiteneingang beobachten konnte. Nun beobachtete sie, wie die anderen Bewerber sich um Punkt drei Uhr anstellten. Sie selbst wollte warten, bis die Tür sich öffnete und dann am Ende der Schlange ohne lange Wartezeit ins Gebäude zu gelangen. Doch als die Zeit verging, fragte sie sich, ob sich die Tür vielleicht erst dann öffnete, wenn sämtliche Bewerber anstanden. Gehörte das zum Auswahlverfahren? War es eine Art Test? Um drei Uhr zehn gab sie nach und stellte sich zu den anderen in den Regen. Genau fünf Minuten später traten zwei Männer aus dem Seiteneingang. Der eine war ein kleiner, bebrillter Typ im Trainingsanzug eines Akademieschülers. Der andere trug eine dunkle Tarnhose und ein enges, langärmliges schwarzes Shirt aus seinem Dry-Fit-Material. Er war groß, geschmeidig und auf raue Art attraktiv. Er erinnerte Nadja an die Actionfiguren von Masters of the Universe, mit denen ihr Bruder Chahangir gegen den Wunsch ihres Vaters gespielt hatte, damals, als sie noch Kinder in Mejet, im Nordosten des Iran, gewesen waren. Nadja wurde aus ihren Gedanken gerissen, als der hochgewachsene, muskulöse Mann mit kräftiger Stimme rief, »Okay, Leute, vortreten und nennt euren Namen!« Jillian Dela Cruz behauptete allen Ernstes, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Es war eine Luege. Jillian hatte noch nie ein UFO gesehen, hatte nie eine Nahbegegnung der dritten Art erlebt und es gab auch keine Erinnerungsluecken, fuer die sie keine Erkluehrung besaß. Dennoch hatte Jillian zu genau diesen Themen mehr als 20 Sachbuch-Bestseller verfasst, in dem sie Interviews, die sie gefuehrt hatte, ausschmueckte und als eigene Erlebnisse ausgab. In Wahrheit waren es fuer Jillian nur mehr oder weniger gut erfundene Geschichten. Das bedeutete aber keineswegs, dass Jillian nicht an Außerirdische glaubte. Sie hatte mehr als genug Menschen interviewt, genuegend Videos und Fotos gesehen, um sicher sein zu koennen, dass es im irdischen Luftraum UFOs gab, unidentifizierte Flugobjekte. Und sie hatte etliche glaubwuerdige Personen kennengelernt, die behaupteten, von Außerirdischen entfuehrt worden zu sein. Jillian sehnte sich danach selbst, ein solches Abenteuer zu erleben, andererseits ließ ihr die bloße Vorstellung, fremdartigen Wesen ausgeliefert zu sein, einen kalten Schauder der Angst ueber den Ruecken laufen. Doch vielmehr noch, als eine Begegnung mit interstellaren Schreckgespenstern, ängstigte sie der Gedanke, entlarvt zu werden und als Luegnerin und Hochstaplerin dazustehen. Sie lebte gut davon, eine weltbekannte Stimme innerhalb der UFO-Gemeinde zu sein, eine Expertin fuer das Fantastische. Immer wieder beruehigte sie sich mit dem Gedanken, dass es unmueglich sei, bloosgestellt zu werden. Es sei denn, ging es ihr durch den Kopf, es kommt tatsächlich zu einem Kontakt mit Aliens und die verkuehnten dann vor aller Welt, nie von mir gehoert zu haben. Jillian saaß vor einem Schminktisch, den Greg, ihr Mann, eigenhaendig fuer sie gezimmert hatte, fuhr sich durch ihre langen, roten Haarsträhnen und zupfte vorsichtig daran, um die Wurzeln betrachten zu koennen. Ihr Haar musste dringend gefaerbt werden, denn wie fast alles an Jillian war auch ihre rote Mene nicht echt. Sie is nicht einmal Jillian de la Cruz, sondern Julie Rosencrantz. Als Jillian ihre rot gefaerbten Haare betrachtete, hatte sie einmal mehr das seltsame Gefühl, dass alles um sie herum sich aufloeste. Diese neue Furcht war entstanden, als Rory Keegan, ein millionenschwerer Geschäftsmann und Stadtrat von Roswell, sie gebeten hatte, bei einem Kongress, den er fuer sein neuerbautes Roswell Stadium and Convention Center plante, als eine von drei Hauptrednern zu fungieren. Der Kongress sollte Truthfest heissen und der Auftakt zu einer Kampagne sein, mit der Keegan die Stadt Roswell zum Mekka der Verschwörungstheoretiker machen wollte, indem er neue Museen, Parks und Attraktionen zu einschlägigen Themen eroeffnete, von Bigfoot bis hin zu den Illuminaten. Roswell beherbergte schon jetzt das International UFO Museum. Keegan hoffte, das Touristikgeschäft zusätzlich anzukurbeln, wenn er mehr als diese eine Attraktion anbot. Jillian stand zu hundert Prozent hinter dieser Idee und als langjaerige Unterstützerin von Roswell freute sie sich über alles, was der Stadt helfen konnte. Wäre nur der Name des Festivals nicht gewesen. Truthfest, ein Festival der Wahrheit, bei dem das Aufdecken von Geheimnissen im Mittelpunkt stand. Dieser Gedanke gemahnte Jillian stets daran, dass ihr Leben zum groessten Teil eine Luege war. In diesem Moment flog krachend die Hintertuer zu. Jillian zuckte heftig zusammen. Der Knall ließ das Geschirr klirren. Jillian hoerte, wie in der Kuuche Nippessachen zu Boden fielen und auf den Fliesen zerschelten. War jemand ins Haus eingetrungen? Jillian schnappte nach Luft. Ihre moralischen Sorgen erschienen ihr mit einem Mal unbedeutend, denn jetzt stand sie einer sehr realen Bedrohung gegenüber. Jillian sprang auf und warf dabei den kleinen Hocker vor ihrem Schminktisch um. Jemand war im Haus und sie war allein und ungeschützt. Was war mit der Alarmanlage? Das Ding war eingeschaltet, da war sie ganz sicher. Craig war auf Geschäftsreise und außer ihnen beiden kannte niemand den Code, mit dem man die Alarmanlage deaktivierte. Jillian lauschte, wartete auf ein weiteres Geräusch, hörte aber nichts. War es nur das Knarren und Ächzen des Hauses gewesen? Hatte sie sich das alles nur eingebildet? Ihrer Fantasie gingen öfters die Zügel durch.